Backe, hier kannst du vergessen. Der ist nämlich gleich Hackfleisch. Hast du verstanden? Nein, ich bin noch Vegetarier. Montag, um Punkt 3. Und zwar du und ich. Bestell schon mal einen Krankenwagen. Das war ja so romantisch. Hier ist der Nachtisch. Josh, ich dachte, du musst pinkeln. Schon erledigt. Wie konntest du mir bloß Back auf den Hals hetzen? Ach, war das einfach meine Schuld? Lass mich mal nachdenken. Ja! Ist dir eigentlich klar, dass der mich kalt macht? Naja, vielleicht nicht ganz kalt. Er ist stark und stroh-dumm. Das ist eine böse Kombination. Du hast recht, der macht dich platt. Sag ich sowas. Hey, kriege ich dann deinen Computer? Oh, gegen Wack bin ich machtlos. Ich werde in jeder Beziehung baden gehen. Was soll ich denn jetzt nur machen? Ich hab' ne Idee. Ich hab' ne Idee. Hacker! Kobo! Jakdo! Ähm, Meister? Ja! Gott, zur Pause! Was kann ich falsch tun? Sie müssen ein Karate-Ass aus mir machen. Bis morgen! Gentlemen! Um Karate zu lernen, sind Jahre intensiven Trainings nötig. Können Sie ihm nicht ein ein-Tages-Crash-Kurs geben? Nein! Karate ist hier drin. Nicht hier drin. Manchmal ist es hier drin. Einmal war's hier drin. Aber das war, nachdem ich eine ganze Packung Heftklammern verschluckt hatte. Was? Hängt da noch eine zwischen den Zähnen? Nein! Hören Sie, ich hab' nur 24 Stunden. Zeigen Sie mir jetzt Karate oder nicht? Tut mir leid, Freunde. In so kurzer Zeit werde ich euch wohl nicht helfen können. Ich geb' Ihnen 30 Mäuse auf die Hand. Oh! Lasst uns mit dem Training beginnen! Uah! 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 Haui!